Freunde, dieser Schokokuchen braucht euch inklusive Backen keine 10 Minuten, den müsst ihr ausprobieren. Dafür vermischen wir einfach nur 150 Gramm E mit 60 Gramm Kakao und 2 Teelöffel Backpulver. Dazu kommen noch 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 90 Gramm geschmolzene Butter und 350 Milliliter Wasser. Jetzt den Teig in eine Form füllen und für 5-6 Minuten ab in die Mikrowelle. Für die Schokosoße noch 100 Gramm Schokolade mit 100 Gramm Sahne schmelzen, alles anrichten und genießen.